Oh, meine lieben Freunde, das Warten hat endlich ein Ende im Oktober angekündigt und jetzt ist es endlich soweit am 3. Dezember 2017 hier. Es findet die erste Fantasy-Wrestling-Show Open the Dream Gate heute Abend statt auf www.twitch.tv. Um 19 Uhr geht die Show los und es erwartet euch über Stunden eine abgefahrene Sache. Leute, ich sag nur, macht euch bereit. Es wird der absolute Hammer. Heute 19 Uhr, es geht rund.